Musik Ja, also wir sind zu Baufix gekommen, weil wir gerne unsere Immobilie umfinanzieren wollten, beziehungsweise einfach eine neue Finanzierung gesucht haben, überlegt, was kostet uns das? Und interessanterweise haben uns so viele Türen plötzlich offen gestanden mit Ideen, wie man andere Sachen refinanzieren kann. Und es war so spannend, immer mehr von dem ganzen Thema zu lernen und zu sehen, sodass wir einfach wirklich eine super Finanzierung hinbekommen haben. Der Herr Schütter pflegte immer zu sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Also da haben wir schon was wirklich Tolles gemacht, auch in einer Zeit, wo die Zinsen eigentlich steigen, haben wir einen super Zinssatz bekommen. Und ja, wir haben es einfach nicht bereut, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ja, wir freuen uns, wenn das alles jetzt zu Ende abgeschlossen wird, auch von der Bank. Und das war einfach super. Vielen Dank. Musik Musik